Was geht ab Büros und damit herzlich willkommen zu meinem Silvester 0 Uhr Feuerwerk. Ist dieses Jahr mal ein bisschen größer geworden, ich muss gerade nochmal ein Foto für Sumdai machen, perfekt. Ja wir haben hier Flashbangs, Double Strikes, 17 Flashbangs, 10 Double Strikes, dann hier die Lord of Whistle, gleichzeitig mit dem Powerboxer in der Arthus geschossen, dann viermal Aufschlag, Arthus zweimal gefächert, Galaxis fünfmal Leslie Gold und dreimal Bluestar zum Schluss als Finale. Ja ich bin gespannt, wir haben nicht mehr viel Zeit, genau noch drei Minuten und dann geht es jetzt gleich ab. Viel Spaß! Zahein? So, let's go. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.